Schön, alle regen sich auf. Ich habe da nicht mehr dran gedacht, tut mir leid. Der hat aber seine komischen Stacheln schon eingezogen gehabt, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ich glaube, wenn wir hier mit dem Spiel, wenn wir hier mit dem Level durch sind, können wir schon direkt mit Tony Hawk anfangen. Naja, ich sag da jetzt mal nix zu. Ja. Das schaffen wir nicht. Hier ja, das nächste schaffen wir nicht. Ich gehe die ganze Zeit drauf und wir haben immer noch 25 Leben, das ist der Wahnsinn. Man kriegt hier so viele Leben in dem Spiel. Was haben die denn geändert im Gegensatz zu dem Original? Da hat man noch nicht so viele Leben bekommen, oder nicht? Ich schreck mich nicht auf. So, jetzt müssen wir nachher dran denken. Alles schön, langsam angehen lassen. Wir haben ja Zeit. Niemand drängt uns hier irgendwie durch zu rushen. Alles okay. Alles okay. Okay. Jetzt machen wir hier vorne die Kisten kaputt. Ich hab einfach keine Geduld, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Ich hab keine Lust mehr. Jetzt hab ich schon zwei Mitleidsmasken. Das ist so traurig, ne? Ich hab keine Lust mehr. Und aber immer noch 25 Leben, ja. Jedes Mal! Die Maske möchte ich gerne behalten. Wir verlieren doch irgendwie beim Springen voll an Speed. Alles okay, das ist alles gewollt. So. Langsam. Das ist doch eine Kiste, die sehe ich doch. 90, hört sich doch schön an, oder? Das ist doch schön an, oder? Ich hätte die Kiste nicht kaputt machen dürfen. Und jetzt stellt euch vor, am Ende... Ich habe das Eis nicht gesehen. Oh, ich könnte kotzen. Dankeschön für den Host. Lieber nicht. Ich bin so schlecht. Aber wir können das jetzt schon wieder machen. Ja, vorstellen, dass uns am Ende eine Kiste fehlt. Wenn wir das ganze Level nochmal machen können. So. Könnten mich mal alle an der Kube schmatzen. So, das ging nochmal schnell. So, Freunde. Ich werde mich jetzt erstmal in den Lurk begeben und selbst etwas daddeln. Alles klar. Bezüglich des Freundes-Codes bei Pokémon... Ja, wie machen wir das? Ähm. Äh. Moment. Ich schmeiß das gerade mal an. Ich hoffe es schmiert nicht wieder direkt ab. Weil das tut es sehr gerne. Du kannst dir ja schon mal was zu schreiben raussuchen oder direkt auch dein Pokémon Go anmachen. Ja, machen wir jetzt ja alles. Ich glaube schon. Okay. Boah. Okay. So. 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 noch offen ist, ist klar. Das ist alles okay. Da ist der Checkpoint. Der langersehnte. Okay. Moment. Es muss erst noch gerade ein Ei schlüpfen. Es tut mir leid. Mal gucken, was es wird, wenn es sich nicht zur Tode leckt. Oh, das kenne ich. Was ist das? Irgendwas mit P, glaube ich. Will den nicht abschmieren. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gehabt. Na komm, wie heißt du? Ein Azuril. Oder Azuril? Keine Ahnung. Moment. Wo sieht man den denn? Nein, es ist abgeschmiert. Ich hasse die App. Oder mein Handy. Ja, ich kenne es von Pokémon Gold. Da gibt es das, glaube ich. Die müsste ich leider noch ein bisschen gedulden. Die App muss wieder neu aufgehen. Ah, ist okay. Das liegt, glaube ich, aber an meinem Handy, dass es so abkackt. Die App. Das ist auch nicht mehr das Neueste. Nicht so wie du in Crash. Ja, dankeschön. 27 Leben. Ey, ich gehe hier aus dem Level mit mehr Leben raus, als ich reingegangen bin. Obwohl ich 50 Milliarden Mal gestorben bin. Ich gehe hier aus dem Level mit mehr Leben raus, als ich reingegangen bin. So. Also. Versop. Ähm. 0, 3, 7, 9. Ich hätte einfach einen Screenshot von machen sollen. Das ist schon wieder abgeschmiert. Also es fängt mit 0, 3, 7, 9 an. Shit. 20 Kisten noch. Ja. Das konnte ich mir schon mal notieren. Das ist schön. Nee. Also das ist... Das ist gelogen. Wenn ich jetzt den Checkpoint hier vorne nicht hatte, hätte ich... Ich wollte gerade sagen Naughty Dog, aber Naughty Dog ist da gar nicht dran beteiligt gewesen. Ähm. Weiß ich nicht. Hätte ich mich beschwert bei denen. Normalerweise muss ich auch die App aufmachen und dann warten, bis ich alles... Äh. So. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht, falls ich es wieder abschmieren sollte. Also 0, 3, 7, 9. 0, 3, 5, 8. 5, 7, 0, 5. Ich wiederhole nochmal. 0, 3, 7, 9. 0, 3, 5, 8. 0, 3, 5, 7, 0, 5. Ich hätte sie auch in den Chat schreiben können. Aber das wäre jetzt nur eine. Und sie ist wieder abgeschmiert. Ist notiert. Sehr schön. Und wenn du willst, kannst du mich dann irgendwann mal adden oder so. Oder wer auch immer das jetzt hat, mitbekommen hat, kann mich dann ja mal adden. Wer Bock drauf hat. Und dann ist das nicht so. Also... 1, 2, 3, 7, 9, 0. 1, 2, 3, 5, 8. 1, 2, 3, 5, 8. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 0. 5, 6, 7, 0. 5, 6, 7, 0.